Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax in meinem kleinen Konto. Ich habe mit 1021 Euro am ersten Tag angefangen. Nun bin ich nach 14 Tagen bei 2248,43 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 1227,43 Euro und einem durchschnittlichen Tagesgewinn von 87,67 Euro nach 14 Tagen. Heute folgt Tag 15. In einer Staffelung ist 25, 63, 158 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir den Wirtschaftskalender an. Wir haben wichtige bis sehr wichtige News im Yen. Im Euro, US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Metatrader 5, Überberücksichtigung meiner sieben Indikatoren. Der Tagesnewsend des richtigen Chartbildes. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Ich beginne mit 25 Euro. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten. Gerne 12 Jahre. Ich halte 10 Minuten. Ich halte 15! Walz 0,2000. Ich war noch ein. Ich halte, falls sie durchstehen. Ich halte die Stardo bandwidth nach 3 oder 8. Ich halte die Angst zu univerrЬEE. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Euro Out ist gleich soweit. Ich steige ein. Gleich noch mal. Ich steige ein. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Das sind heute 65,12 Euro Gewinn. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann auch bis 31.12. meine Corona-Aktion in Anspruch nehmen. Ab 1. Januar ist das nicht mehr möglich, da diese Kurse wegfallen. Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, um eine Strategie erlernen zu können, denn du lernst alles im Kurs. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.